Welche feinen Tropfen es dieses Jahr bei mir zu Weihnachten auf den Tisch schaffen, das zeige ich euch heute hier im Video. Viel Spaß mit dem Weihnachtsspezial. Wir gehen rein. Herzlich willkommen liebe Freunde hier auf meinem Kanal Wieske Helden. Heute gibt es mal, wie auch im letzten Jahr, ein Weihnachtsspezial. Wir sind kurz vor Weihnachten. Wenn das Video rauskommt, wahrscheinlich ein Tag vor Heiligabend, vor dem 24.12. Und es häufen sich die Fragen, was kommt bei dir eigentlich so für Whisky auf den Tisch über Weihnachten? Ja, finde ich eine gute Frage, spannende Frage. Die gebe ich auch gerne an euch direkt zurück. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so für Whisky zu Weihnachten schnabuliert. Ist es vielleicht auch immer eine Tradition, immer der gleiche Whisky, der euch an schöne Momente erinnert? Oder aber wechselt ihr, greift ihr spontan in euer Barfach? Das würde mich einfach mal interessieren, weil das ist echt spannend. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bevor wir mit meinem Line-Up hier starten, gönne ich mir hier auch nochmal einen kleinen Glen Scotia Exclusive Cask. Der wurde für die Whisky Side.n-Allison Shop, den ich letztens in den Niederlanden besucht habe, abgefüllt. 247 Flaschen, 5 Jahre First Fill Olodoso Hockshed. 56,7%. Ich mache es mir gemütlich und dann sage ich euch jetzt gleich, wartet bei mir dieses Jahr auf den Tischhaft. Ja, ich mache das immer so kurz vor Weihnachten. Da mache ich mir erst Gedanken. Normal greife ich ja eher so als spontaner Typ immer irgendwie mein Regal und sage, heute will ich mal den Whisky probieren, morgen den. Für Weihnachten schraube ich da immer gerne an so ein Line-Up und auf das greife ich dann auch zurück. Natürlich, das ist so 4 bis 5 Whiskys immer groß, aber natürlich greife ich auch dann immer nochmal spontan, wenn ich nur Durst habe, auch so nochmal ins Fach. Ja, erstmal wünsche ich euch allen frohe Weihnachten, besinnliche, erholsame Tage und vielen Dank erstmal noch für euren ganzen Support. Immer noch knapp unter 100 Videos hier auf YouTube, aber über 700 Abonnenten. Finde ich klasse, dass ihr dabei seid und erstmal auf euch. Ja, fangen wir an. Der erste Whisky, mit dem ich wahrscheinlich starten werde, ist der Campbelltown Loch Blended Malt Scotch Whisky. Für mich einer der Entdeckungen jetzt in 2023, weil A, finde ich, kriegt man hier viel Campbelltown Whisky Charakter für wenig Geld, 43 Euro Roundabout und B, kriegt man überhaupt Campbelltown Whisky. Glendscosher ist gut verfügbar, halbwegs gut verfügbar. Der Springbank Hype, ja, führt letztendlich dazu, dass es die meisten Flaschen gar nicht gibt und wenn man die schießen kann, dann für echt horrende Apothekenpreise. Von daher, Campbelltown Loch ist meine Empfehlung, ist ein Blend aus allen 5 Single Maltz da aus der Region, sprich Kilkaren, Springbank, Hazelburn, Longrow und Glendscosher. 5 an der Zahl und 46 Volumenprozent und ich finde, der macht wirklich Spaß. Wir hatten da so ein Tasting und da wurde auch gesagt, dass in diesem Jahr, in dem Batch 2023, doch ein größerer Anteil Springbank auch enthalten ist, ansonsten auch ein größerer Anteil Kilkaren. Und ja, super coole Abfüllung, die hat mir wirklich viel Spaß bereitet in 2023 und kann ich wirklich nur empfehlen. Danach, ja, kommen jetzt drei Flaschen und wir steigen jetzt auch direkt in die 50 Plus Alkoholvolumina ein und habe jetzt vor zwei, drei Wochen echt ein bisschen eskaliert im Weihnachtshopping und mir drei Flaschen gekauft. Zwei davon, sage ich mal, blind, hatte ich vorher nie verkostet. Eine davon habe ich jetzt mehrfach im Tasting gehabt und fangen wir an mit dem Glen Moray Private Edition Master Distiller Selection. First Fill American Oak Non-Chill Filtered, Kask Nummer 4946, 1994 destilliert. Also ein Vintage Glen Moray und der kann sich hier auch wirklich sehen lassen. Da hat man keine Kosten und Mühen gespart. Der kommt hier in so einer fantastischen Box daher, Holzbox. Man kann hier alles aufklappen. Hier ist dann die Flasche. So sieht das Ganze nochmal aus. Und First Fill American Oak Distilled 94, Bottle 2018. Also wirklich auch ein richtig altes Ding hier, so 24 Jahre alt. 52,8 Volumenprozent aus Fast Nummer 4946 und ja, Non-Chill Filtered. Den habe ich für 146 Euro letztens gesehen. Und für den Preis, für das alte Vintage 1994 Glen Moray muss sich da eigentlich zuschlagen. Da ging kein Weg dran vorbei. Hier steht noch Exclusive Vintage Specially Selected Some of the Finest Single-Cask Whiskies. Ja, the rarest Casks. Also da bin ich wirklich drauf gespannt für den Preis. Wie gesagt, kann man hier nicht allzu viel falsch machen. Und Whisky Nummer 2, Limited Edition Glen Moray. Und ich finde halt gerade bei diesen Editions bei Glen Moray gibt es echt die eine oder andere richtig coole Abfüllung. Ja, Whisky Nummer 3 war eher ein Blindkauf. Signatory Vintage Selected by Woodram Clan. Glen Grand Distillerie 23 Jahre alt. Und First Fill Sherry Butt Finish. Cask Nummer 4, eine von 693 Flaschen. Distilled in 2000, bottled Oktober 2023. Also Glen Grand Vintage 2000 und die kommt hier in so einer schönen Blumenvase daher. Hatte ich auch letztens erst hier im YouTube-Video verkostet. Blende ich euch oben mal ein. Fetter Korken, geile Flasche. Der hat mir richtig gut gefallen. 57,3%. Ich habe einen Blind gekauft. 275 Euro Stange Geld. Dafür, dass es ein Blindkauf war. Aber ein Vintage Glen Grand macht in der Regel Spaß. Und von Woodram Clan hatte ich hier auch die eine oder andere Abfüllung, die ich mir persönlich und privat gekauft habe. Die Spaß macht. Und da habe ich auch das eine oder andere Video hier auf meinem YouTube-Kanal für euch. Ja, dann. Nummer 3 von den Einkäufen der letzten Woche. Waterford Peated Balibanon. Oder Balibanon. Keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Ich glaube 75, 79 Euro. Irgendwie sowas. Aber ich muss gestehen, ich bin kein Riesen-Waterford-Fan. Irish Single Malt Whisky. Ich finde, die sind... Also die Non-Peated waren mir alle viel zu speziell für meinen Gaumen. Sind die irgendwie nicht gemacht. Keine Ahnung warum. Aber mir wurde dann auf der Hausmesse da von Kirsch dieses Jahr gesagt, oder ans Herz gelegt, ich soll mal die Peated Whiskys von denen probieren. Und ja, was soll ich sagen, die haben mir bombastisch gut gefallen. Und habe dann aber erstmal keinen gekauft. Und dann hatte der Leon von den Malt Mariners nochmal irgendwie ein Blind-Tasting, an dem ich teilnehmen durfte. Als sozusagen als Co-Host. Und ja, da gab es hier wieder Waterford Peated Balibanon. Und dann habe ich zugeschlagen. Ich finde, ah, diese blaue Flasche hier mit dem Glaskorken richtig cool. Und hinten drauf sieht ihr irgendwo den Terroir-Code. Wenn man den eingibt, dann kriegt man hier alle Details über den Whisky erzählt. Und das Spannende ist, dass wir hier, meine ich, Irish Peat haben. Also irischen Torf und ja, with Irish Peat Malted Barley. Grown on the single farm origin of Balibanon. Ja, richtig cooles Ding. 50 Volumenprozent. Auf den freue ich mich. Der ist jetzt noch zu. Aber wie gesagt, ich kenne ihn und freue mich da echt drauf. Ein irischer rauchiger Whisky. Richtig cool. Kann ich nur empfehlen. Karton ist schon ein bisschen kaputt. Ist mir runtergefallen. Letzter Whisky für den 24.12. Ist dann noch ein rauchiger Aus Schottland. Inseleiler. Wir haben den Artbeck Bisabeque. Coole Aufmachung. Coole Story wieder dahinter. Irgendwie hat man sich hier vom Barbecue inspirieren lassen. Mit aka DJ Barbecue hat man das Ganze irgendwie ins Rollen gebracht. Und ich fand diesen Artbeck Bisabeque hier, war für mich einer der besten Spezialabfüllung von Artbeck in der letzten Zeit. 50,9 Volumenprozent. Gereift in einer Kombination Double Chard Oak Cask, Pedro Jiménez Sherry und den eigenen Barbecue Cask. Und der hat mich von Anfang an so ein bisschen an meinen Liebling von Artbeck, nämlich den Artbeck Ugedal erinnert. Und ja, richtig coole Abfüllung. Auf den freue ich mich. Hatte ich jetzt echt mal ein paar Wochen nicht im Glas. Von daher wird das eine runde Sache werden. Ja, das war es eigentlich auch schon. Guck mal, jetzt habe ich hier so viel erzählt. Ich habe vom Glenskoscher nur ganz am Anfang mal ein Schlückchen genommen. So viel Zeit muss jetzt hier sein. Ich mag ja diese jungen Glenskoscher. Der hat Dampf, der ist super intensiv. Geiles Teil. Bis da eigentlich, eigentlich muss das hier ein bisschen anders laufen noch. Eigentlich dürfte ich den auch noch mit reinnehmen. Aber wenn ich das so weitermache, dann ist nachher der ganze Tisch zu Weihnachten voll. Kein Mensch kann mehr essen. Dann steht einfach nur noch Whisky vor mir auf dem Tisch. Das will ja auch keiner. Von daher muss ich mich zusammenreißen. Und ich denke, das sollte ausreichen. Ich freue mich auf Weihnachten. Ich hoffe ihr auch. Ihr habt coole Tage. Genießt den einen oder anderen Feintropfen. Und denkt dran, schreibt mir bitte in die Kommentare, was das bei euch so gibt. Das war es schon heute. Kurz und knackig. Bis dahin, euer Tim. Tschüss. Tschüss.